Der Redner von Anton Tschechow, übersetzt von Alexander Eliasberg Eines schönen Morgens beerdigte man den Kollegienassessor Kirill Ivanovich Vavilornev, der an zwei Krankheiten, die in unserem Vaterlande besonders verbreitet sind, gestorben war, an einer bösen Frau und am Alkoholismus. Als der Leichenzug sich von der Kirche zum Friedhofe in Bewegung setzte, nahm einer der Kollegen des Verstorbenen, ein gewisser Poplavski, eine Droschke und fuhr zu seinem Freund Grigori Petrovich Sapoikin, einem noch jungen, aber schon recht populären Herrn. Sapoikin hat, wie es vielen meiner Leser schon bekannt ist, die seltene Gabe, Hochzeitsjubiläums und Grabreden aus dem Stehgreif zu halten. Er kann in jedem Zustande reden, wenn man ihn aus dem Schlafe weckt, auf den nüchternen Magen, besoffen und im Fieber. Seine Reden fließen ebenso gleichmäßig und reichlich dahin, wie das Wasser aus einer Regentraufe. In seinem Vokabular gibt es viel mehr rührende Worte, als in einem beliebigen Wirtshause Kakerlaken. Er spricht immer geschraubt und so lang, dass man zuweilen, besonders bei Hochzeiten in Kaufmannsfamilien, die Hilfe der Polizei anrufen muss, um ihn zum Schweigen zu bringen. Ich komme zu dir mit einer Bitte, Bruder, begann Poplowski, als er ihn zu Hause angetroffen hatte. Zieh dich augenblicklich an und komme mit mir. Einer von den Unsrigen ist gestorben, wir geben ihm eben das letzte Geleite, also muss man zum Abschied irgendein Blech zusammenreden. Du bist unsere einzige Hoffnung. Wenn einer von den kleineren Beamten gestorben wäre, hätte ich dich nicht belästigt. Es ist aber der Sekretär, sozusagen der Grundpfeiler der ganzen Kanzlei. So einen Kerl kann man doch wirklich nicht ohne eine Rede beerdigen. Ach so, der Sekretär, versetzte Sapoikin gähnend. Der Trunkenbold? Ja, der Trunkenbold. Es wird Pfannkuchen geben und noch mancherlei. Die Droschke kriegst du bezahlt. Komm, Mitliebster, du wirst am Grabe etwas im Stile Ciceros vorquatschen und der Dank wird nicht ausbleiben. Sapoikin ging darauf gerne ein. Er zerzauste sich das Haar, nahm einen melancholischen Gesichtsausdruck an und trat mit Poplowski auf die Straße. Ich kenne euren Sekretär, sagte er in die Droschke steigend. Ein Spitzbube und eine Bestie war er, Gott hab ihn selig, wie man nicht so bald einen zweiten findet. Grisha, auf einen Toten schimpft man doch nicht. Ja, gewiß, »Aut mortuis nihil bene«, aber er war doch ein Gauner. Die beiden Freunde holten den Leichenzug ein und gesellten sich zur Prozession. Diese bewegte sich so langsam, dass Poplowski und Sapoikin unterwegs Zeit hatten, dreimal in Wirtshäuser einzukehren und für das Seelenheil des Verstorbenen je ein Glas Schnaps zu trinken. Auf dem Friedhofe wurde eine Messe gelesen. Die Schwiegermutter, die Witwe und die Schwägerin vergossen der Sitte gemäß viele Tränen. Als der Sarg ins Grab versenkt wurde, schrie die Witwe sogar auf, »Lasst mich zu ihm!« Sie folgte ihm aber doch nicht ins Grab, wahrscheinlich, weil sie sich der Pension erinnerte. Als alles still geworden war, trat Sapoikin vor, ließ seine Blicke im Kreise schweifen und begann. »Soll ich meinen Augen und Ohren trauen? Ist nicht dieser Sarg, sind nicht diese verweinten Gesichter, diese Seufzer und Klagerufe nur ein schrecklicher Traum? Doch, ach, es ist kein Traum, und unsere Augen täuschen uns nicht. Der, den wir vor kurzem so rüstig, so jugendlich und so frisch gesehen haben, der vor unseren Augen der emsigen Biene gleich den Honig in den Bienenstock der staatlichen Ordnung trug, der welcher, dieser selbe, ist nun Staub geworden, eine körperliche Fata Morgana. Der unerbittliche Tod hat ihn mit seiner erstarrenden Hand zu einer Zeit berührt, wo er, trotz seines gebeugten Alters, noch voller blühender Kräfte und strahlender Hoffnungen war. »Dieser unersetzliche Verlust! Wer kann seine Stelle ausfüllen? Gute Beamte haben wir genug, doch Prakofi Asipic war der Einzige. Er war bis in die Tiefe seiner Seele, seiner ehrlichen Pflicht ergeben, er schonte seine Kräfte nicht, er durchwachte manche Nacht und war uneigennützig und unbestechlich. Wie verachtete er diejenigen, die sich bemühten, ihn zum Schaden der Allgemeinheit zu bestechen, die es versuchten, ihn durch die Anerbietung der verlockenden irdischen Güter zu verführen, seiner Pflicht untreu zu werden?« »Ja, wir alle sahen es, wie Prakofi Asipic sein kleines Gehalt unter seinen ärmeren Kollegen verteilte, und wir hörten eben die Klagen der Witwen und Waisen, die von seinen Gaben lebten. Seinen Pflichten und den guten Werken ergeben, kannte er keine Lebensfreuden und entsagte selbst dem Glücke des Familienlebens, es ist ihnen allen bekannt, dass er bis ans Ende seiner Tage Junggeselle blieb. Und wer wird ihn uns als Kollegen ersetzen? Ich sehe sein bartloses, herzinniges Gesicht mit dem gutmütigen Lächeln wie lebendig vor mir und höre seine sanfte, zärtliche, freundschaftliche Stimme. Friede deiner Asche, Prakofi Asipic, ruhe sanft, du edler Held der Pflicht. Zapoikin redete weiter, doch die Zuhörer begannen zu tuscheln. Die Rede gefiel allen sehr gut, weckte auch einige Tränen, erschien aber in mancher Beziehung etwas sonderbar. Erstens war es unverständlich, warum der Redner den Verstorbenen Prakofi Asipic nannte, während er in Wirklichkeit Kirill Ivanovich hieß. Zweitens war es allen bekannt, dass der Verstorbene sein Leben lang mit seiner legitimen Gattin gekämpft hatte und folglich nicht als Junggeselle angesehen werden durfte. Drittens hatte er einen üppigen roten Vollbart, und es war unverständlich, warum der Redner von seiner Bartlosigkeit sprach. Die Zuhörer staunten, wechselten Blicke und zuckten die Achseln. »Prakofi Asipic«, fuhr der Redner fort, begeistert auf das Grab blickend, »dein Gesicht war unschön, sogar hässlich, du warst mürrisch und unfreundlich, doch wir wussten alle, dass in dieser sichtbaren Hülle ein ehrliches Freundesherz schlug.« Die Zuhörer merkten nun, dass auch mit dem Redner etwas Sonderbares vorging. Er starrte auf einen Punkt, rückte unruhig hin und her und zuckte auch selbst die Achseln. Plötzlich verstummte er, riss erstaunt den Mund auf und wandte sich zu Poplowski um. »Hör einmal, er lebt doch«, sagte er entsetzt. »Wer lebt?« »Prakofi Asipic, da steht er ja neben dem Grabdenkmal.« »Er ist ja auch gar nicht gestorben. Gestorben ist Kirill Ivanovic.« »Du hast mir doch selbst gesagt, euer Sekretär sei gestorben.« »Kirill Ivanovic war auch unser Sekretär. Du hast es verwechselt. »Prakofi Asipic war allerdings bei uns einmal Sekretär, aber man hat ihn schon vor zwei Jahren als Amtsvorstand in die zweite Abteilung versetzt.« »Da soll sich der Teufel auskennen.« »Warum bist du aber mittendrin stecken geblieben? Fahre fort, es passt ja nicht.« Sapoikin wandte sich zum Grabe und setzte mit früherer Begeisterung die unterbrochene Rede fort. An einem Grabdenkmal stand tatsächlich Prakofi Asipic, ein alter Beamter mit glattrasiertem Gesicht. Er blickte den Redner an und machte ein unzufriedenes Gesicht. »Was ist dir nur eingefallen?« lachten die Beamten, als sie mit Sapoikin vom Friedhofe heimgingen. »Einen lebendigen Menschen wolltest du beerdigen?« »Es ist nicht schön, junger Mann«, brummte Prakofi Asipic. »Ihre Rede taugt vielleicht für einen Toten, doch in Bezug auf einen Lebenden klingt sie wie Hohn. Erlauben Sie einmal, was haben Sie gesagt? Uneigennützig? Unbestechlich? Von einem lebenden Menschen kann man doch sowas nur zum Spott sagen. Auch hat sie niemand gebeten, sich so über mein Gesicht zu verbreiten. Gut, ich bin unschön und hässlich, aber warum soll man mein Gesicht so der Öffentlichkeit zeigen? Das ist doch kränkend.